Pleineven Pleineven ist eine Kleinstadt im Südosten von Wales in der Region Dovent. Sie war einst ein wichtiger Industriestandort. Diese Position, die erhaltenen Bergwerke und Hütten führten dazu, dass Pleineven im Jahr 2000 eine UNESCO-Weltkultur bestehte wurde. Der Ort liegt ca. 40 km nordöstlich von Kadiff. Hintergrund während des 19. JHS War Wales der wichtigste Produzent weltweit von Kohle und Eisen. Die industriellen Strukturen wie ein einfaches Schienennetz, die Steinbrüche, Schmelzöfen und die Häuser der Arbeiter sind erhalten und im Ort sowie in der Umgebung zu entdecken. Während der 1840er und 1850er Jahre kamen mehr Menschen hierher. Aus den vormals verstreut liegenden Siedlungen entwickelte sich der heutige Ort. Die Einwohnerzahl stieg während der Blütezeit auf ca. 20.000, nach der Schließung der Eisenhütten und der Bergwerke sank sie rapide. Mit dem Flugzeug Mit der Bahn einen regulären Bahnhof gibt es nicht mehr. Dafür aber die Möglichkeit mit der Museumsbahn Pontipol & Pleineven-Révi, die von Freiwilligen betrieben wird, anzureisen. Fahrpläne und Preise sind hier zu finden. Mit dem Bus von Stagecoach gibt es die Verbindungen X24, von Nuport über Combran und Pontipol, und von Ebergeveni die zehnte Vier. Auf der Straße ab Cardiff, die M4 bei Nuport verlassen, über der A4051 oder A4042 Richtung Pontipol, dann links auf der A472, dann rechts auf der A4043 nach Pleineven. Ab Ebergeveni, ca. 11 km, immer der B4246 folgen. Mit dem Schiff über den Monmesschir und Breckenkanel. In Pontipol kann man anlegen, von hier ist es nur ein kurzer Weg zur Bushaltestelle. Mobilität Pleineven liegt in den walisischen Bergen. Die Straßen sind mitunter sehr steil. Das Big Pit National Kohl Museum liegt außerhalb, der Fußmarsch führt durch ein Industriegebiet und zieht sich etwas in die Länge. Sehenswürdigkeiten Pleineven gilt als das beste Beispiel einer Industriestadt aus dem 19. Jahrhundert in Großbritannien. Zu sehen sind und andere die Straßen mit den Reihenhäusern der Arbeiter und Große, für die Bevölkerung wichtige Gebäude wie die St. Peters Church oder die Workman's Hall. Engine Row und Stack Square, auf dem Gelände der Ironworks. Die Cottages der Engine Row wurden in den 1780ern von einem Eisenfabrikanten für die ersten qualifizierten Arbeiter, der seinen Hochofen bedienten, errichtet. Die Cottages sind in U-Form gebaut, auf dem Platz, Stack Square, in der Mitte wurde 1860 ein 50 Meter hoher Schornstein für ein neues Maschinenhaus errichtet. Die Basis des Schornsteins ist noch immer zu sehen. Auf der Stirnseite befanden sich einst das Büro des Unternehmens, ein Laden sowie das Haus des Managers. Dies wurde jedoch in den 1860ern in kleinere Wohnungen als die der qualifizierten Arbeiter an den Seiten umgewandelt. Die Cottages sind im Stil verschiedener Epochen eingerichtet. In der Big Pit wurde von 1869 bis 1980 Kohle gefördert. Zu diesem Zeitpunkt war sie die letzte der Gruben in Bleineven in der noch gearbeitet wurde. Schon 1983 wurde Big Pit als Museum wieder geöffnet. Die Besucher können in der Kluft der Bergmänner mit Helm, Lampe und einem schweren Gürtel mit Batterie im Förderkorb unter Tage fahren. Die Touren werden teils von ehemaligen Kumpels geführt. Die Tour dauert 50 Minuten und führt etwa 90 Meter tief unter die Erde. Die Gebäude auf der Erdoberfläche sind so erhalten, wie sie zum Zeitpunkt der Schließung gab. Aktivitäten Radfahren von Tepul, Bleineven Cycle Route 11 Kilometer 7 Meilen, der Weg folgt einer aufgegebenen Bahnlinie. Praktische Hinweise Informationen rund um die Weltkulturstädte bekommt man im Bleineven World Heritage Centre. Postcode, NP4. Vorwahl, 01495, vom Ausland plus 44 1495.